Das kann ich aus meiner Sicht so nicht bestätigen. Es gibt eine gewisse Anzahl an Menschen, die opiatabhängig sind, die auch zum Teil substituiert werden. Und es gibt andere Patientengruppen, die aufgrund der Schmerzsymptomatik Opiate verschrieben bekommen. Und natürlich gibt es vereinzelt auch da, wo es verschrieben wird, die Möglichkeit der Abhängigkeitsentwicklung inklusive Entzugserscheinungen. Aber wir sehen in unserer Klinik keine Häufung an Patienten, die verschriebenes Medikament missbräuchlich einnehmen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017